Musik Es ist super wie jedes Jahr. Ich kenne den Rocco schon seit vielen Jahren. Ich bin seit den Anfängen dabei. Es ist ein gutes Beispiel dafür, dass Großes wirklich immer im Kleinen entsteht und es wird immer professioneller. Aber die Stimmung ist immer klasse, auch in diesem Jahr. Und auf welche Band freuen Sie sich am meisten? Ich freue mich heute Abend natürlich besonders auf Seed und hoffe, dass jetzt der Soundcheck gleich vorbei ist und dass es dann losgeht. Musik Musik